Ich bin nicht da für Entertainment. Ich bin nicht da, um mein ganzes Leben zu kämpfen für Rechte. Ich bin da, um mein Leben zu leben. And I want freedom. Und ich will es jetzt. Transpersonen existieren schon so lange wie die Menschheit selbst und kämpfen seit Jahren für die Anerkennung ihrer Grundrechte. Gerade in letzter Zeit scheinen aber gewisse Kreise ihnen genau diese Rechte und sogar ihre bloße Existenz absprechen zu wollen. Damit herzlich willkommen bei AUX. Wie schafft man es angesichts so vieler Attacken als Transaktivist in den Blick fürs Wesentliche zu bewahren? Und wie können wir den Kampf für Transrights möglichst gut unterstützen? Wir wollen Transpersonen selbst ihre Anliegen erklären lassen. Transrights-Aktivistin und Make-up-Artist Steffi Stankovic ist bei uns auf der Couch. Wenn mich jemand fragt, so, how does a woman feel? Und I'm like, I have no idea. I have no idea. I just know I am. Und Ames performt eine AUX-Live-Session. Im vergangenen Sommer gab es auch in den österreichischen Medien eine hitzige Debatte rund um Transpersonen. Und die hat deutlich gezeigt, dass fatale Irrglauben und veraltete Denkweisen auch hier weit verbreitet sind. Wir haben mit Transpersonen darüber gesprochen, wie viel Schaden Transfeindlichkeit anrichtet. Der Hashtag TERF hat auf TikTok über 100 Millionen Aufrufe. Vier Buchstaben, die für sehr viel Hate sorgen, denn sie stehen für Trans, Exclusionary, Radical, Feminist. Eine der derzeit international bekanntesten TERFs ist die Harry-Potter-Schöpferin J.K. Rowling, die im Juni 2020 mit einem Tweet die Wortwahl eines Artikels kritisierte, in dem von Menschen, die menstruieren, die Rede war und sich darüber lustig machte, warum man nicht einfach Frauen sagen könnte. In diesem Tweet, auf den noch sehr viele mehr folgen sollten, zeigt J.K. Rowling die in Anführungsstrichen Logik von trans ausschließenden FeministInnen. Durch sensible Sprache, in der Transpersonen inkludiert werden, würde angeblich das Wort Frau abgeschafft werden. Woher kommt dieser Gedanke? Viele TERFs verankern ihren Feminismus in der zweiten Welle der Bewegung in den 60er und 70er Jahren. Damals war es eines der Hauptanliegen, Safe Spaces für Frauen von Männern zu schützen. TERFs behaupten, dass etwa eine weitläufige Akzeptanz von Transfrauen bedeuten würde, dass Männer vorgeben könnten, trans zu sein, um Räume für Frauen einnehmen zu können. Häufig werden dabei Beispiele wie Leistungssport oder Gefängnisse genannt. Nur am Rande, in unserer Recherche, konnten wir keine Daten finden, die diese Behauptung unterstützen würden. Hingegen haben Transpersonen laut unterschiedlichen Studien ein doppelt so hohes Sterblichkeitsrisiko wie Cis-Personen und ein erhöhtes Risiko, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. In der vierten Welle des Feminismus, die in der wir heute sind, spielen Intersektionalität und das Aufbrechen von binären Geschlechterdenken eine viel größere Rolle. Sprich, Feminismus fokussiert sich heute nicht mehr auf weiße Cis-Frauen und damit kommen manche Oldschool-Feministinnen scheinbar nicht klar. Der Name J.K. Rowling wird jedenfalls mittlerweile fast schon synonym für Transfeindlichkeit verwendet, wie etwa hier beim 100-Gags-Konzert in Wien. Auch in Österreich häufen sich TERFs immer mehr. Erst im Sommer 2022 sorgte ein umstrittenes Interview für viel Aufmerksamkeit, in dem eine grünen Politikerin transphobe Aussagen auspackte. Daraufhin gab es einige Talkrunden in verschiedenen Medien, die über die bloße Existenz von Transpersonen diskutierten. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, in einer Talkrunde im Falterradio dabei zu sein. Das ist Claire Kaders. Sie ist Aktivistin und stellvertretende Obfrau des Frauenvolksbegehrens. Meine Experience bei dem ganzen Gespräch war erstens, dass ich gemerkt habe, dass es aus medizinischer Sicht super ist, Allies zu haben, die eben sprechen. Es war die Frau Dr. Kaufmann, Ulrike Kaufmann dabei. Die Person, die mich selbst im AKH behandelt, aber auch ein super wichtiger Ally ist für die Trans-Community. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gesehen, die schockierenden Meinungen und Falschinformationen, die immer noch gepusht werden von der TERF-Community. Sei es, dass es wirklich Personen gibt, die diesen riesenlangen Prozess von einer medizinischen und Transition auf Papier, also die zwei Transitionen durchgehen, nur um Frauen auszuspionieren in Bereichen, die eben für Frauen sind. Von Allies, von Cis-Personen, aber auch anderen Personen aus dem LGBTQIA-Plus-Spektrum, sei es Lesben oder Schwule, wünsche ich mir, dass Trans-Personen mehr zugehört wird. Wir sprechen sehr viel über Trans-Personen, aber viel zu selten tun wir mit Trans-Personen sprechen. Es werden oft Debatten angefangen, die für uns total irrelevant sind, zum Beispiel in Bezug auf das Wort Frau, das Problem mit den Toiletten. Ich habe diesen Sommer, also im Juli, einen Beitrag auf meinem Social Media veröffentlicht, wo ich eben gesagt habe, niemand will das Wort Frau abschaffen, ich bin selbst einer. Ich glaube, das war ein ziemlich wichtiges Statement mit einer sehr wichtigen Aussage dahinter, dass sich immer mehr Personen, egal ob online, aber auch generell in Österreich, radikalisieren und sich gegen Trans-Personen stellen, ist nichts Neues. Es ist schon seit längerer Zeit, dass sehr viel Hetze und Panikmache verbreitet wird. Ich finde, von Turfs geht nicht nur eine Gefahr an Trans-Personen aus, sondern eigentlich für alle. Und mit welchen Problemen Trans-Personen in ihrem Alltag tatsächlich zu kämpfen haben, wollen wir heute auch mit unserem Studiogast besprechen. Ich freue mich sehr, dass Steffi Stankowitsch bei uns zu Gast ist. Hello! Hi, freut mich auch sehr. Danke fürs Kommen, warum wir dich in eine Folge, in der es um Trans-Rights geht, eingeladen haben. Das hören wir jetzt. We stan Steffi Stan Spätestens seit diesem Sommer ist die Aktivistin und Transfrau Booked and Busy im Interview-Kalender. Als Kind war Steffi Stankowitsch von den Trans-Personen in einer Talk-Sendung mit Arabella Kiesbauer schwer beeindruckt. Dass sie bald selbst vor der Kamera und für viele ein Vorbild sein wird, wusste sie damals noch nicht. Welche Frage über deine Gender-Identity möchtest du nie wieder beantworten? Und wer ist für dich die größte Trans-Rights-Ikone? Wollen wir bei der ersten Frage anfangen? Gibt es eine immer wiederkehrende Frage zu deiner Gender-Identity, die dir so auf die Nerven geht, dass du sie am liebsten gar nicht mehr beantworten würdest? Ich glaube, was viele Trans-Personen generell erleben, ist halt, dass man sie ständig ausfragt über ihre Genitalien. Und ich glaube, man fühlt sich so super okay zu sagen, und hast du schon die OP? Ich denke mir auch immer so, wen fragt man denn einfach nur so über seine Genitalien aus? Und oft ist es dann so, wenn du dann auf eine Frage antwortest, dann kommen noch mehr Fragen über die Genitalien. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann mal, hast du ein Foto oder magst du es mal zeigen? I guess so würde der Ablauf funktionieren. Dein persönliches Coming-out ist mittlerweile über zwölf Jahre her, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Du schreibst und sprichst sehr viel in der Öffentlichkeit über deine persönliche Geschichte. Willst du uns vielleicht in einer abgespeckten Version erklären, wie du bis zu dem Punkt deines Coming-outs gekommen bist? Also ich bin in Serbien geboren und aufgewachsen. Ich bin dann mit 18 nach Wien gezogen, um eigentlich zu studieren. Und das war so an zweiter Stelle mein Studium. An erster Stelle war eigentlich meine, ich glaube, Social Transition. Ich war für mich ja selber immer eine Frau. Das ist halt nur so, das Äußere ist nur passiert, damit andere Leute es auch sehen. Und ja, dann bin ich mit 18 oder 19 schon nach Wien gekommen und hier kannte mich nicht wirklich jemand. So it was very easy, um einfach so komplett neu zu starten als die Steffi. Und ja, dann ging alles ziemlich, ziemlich schnell. Und jetzt, ja, jetzt bin ich hier. Das heißt, deine Erfahrung mit Österreich war in diesem Zusammenhang dann auch eine vergleichsweise positive. Genau, genau. Also in Serbien ist es so, dass du nicht wirklich transitionen kannst. Ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist. Vor zwölf Jahren war es auf jeden Fall so, es gab keine Resources, es gab keine Hilfe, es gab auch keine Rechte. Und Österreich hatte das alles. Und ich hatte ziemlich gute Deutschkenntnisse, weil meine Eltern mich zu der Kriegszeit einfach vor ein deutsches Fernsehen gestellt haben und ich habe Arabella Kiesbauer gesehen. Auch eine spannende Tatsache, dass eine Talkshow, eine deutschsprachige Talkshow für dich auch so ein Schlüsselmoment war. Ja. Ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig Repräsentation dann tatsächlich sein kann, oder? Extremely important. Diese Folge war einfach voll mit trans Personen und es war für mich absolut mindblowing. Later dann, in meinem Aktivismus, durfte ich Arabella Kiesbauer kennenlernen und ich habe ihr das erzählt. Was war ihre Reaktion? Und das war Life came full circle und sie dann vor mir stand und ich war like, oh mein Gott, und sie hat mich erkannt, actually, und ich war like, what? Und ich war like, Kiesbauer, ich bin mein Name. So it was actually amazing. Du hast jetzt schon deinen Aktivismus angesprochen. War das für dich eine selbstverständliche Sache, dass du Aktivistin wirst? Mein Aktivismus ist mir in den Schoß gefallen. Ich hatte nie geplant, dass ich sowas mache. Am Anfang hat mir die Aufmerksamkeit super gut gefallen. Es war so, ich hatte nie Approval von irgendwas und dann auf einmal reißen sich alle Leute, um meine Meinung zu irgendwas zu hören oder ich halte eine Rede vor 350 Personen und die klatschen alle. Ich habe mich mal gebraucht gefühlt oder geschätzt, was eine Transperson selten hat. Aber diesen Sommer war es dann so, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich auch irgendwo selber schützen at the end of the day. Visibility doesn't mean security. Und ich merke es so, wie vor fünf Jahren niemand auf der Straße wirklich gewusst hat, dass ich trans bin. Und heute höre ich einfach nur so Leute über mich reden, dass ich trans bin. Und dann denke ich mir so, hat man mich gesehen oder sieht man das super easy? Also ich glaube, ich sollte auf jeden Fall aufpassen, wie visible ich bin auch für meine Sicherheit. Wir haben im Beitrag ja schon über diese Debatte, die im Sommer auch ausgebrochen ist, gesprochen. Ich glaube, du hast dann auch die Lehre daraus gezogen beziehungsweise auf Instagram gepostet, dass du nicht Debatten führen wirst, wo du quasi über Menschenrechte über Basic Human Rights oder deine eigene Existenz quasi argumentieren musst. Ich kann es auch nicht verstehen, dass mir meine Experience wegnimmt, meine Existenz. Terps argumentieren auch oft mit dieser biologischen Frau. Mich interessiert Geschlecht als biologischer Sicht nicht wirklich. Mich interessiert es, wie es in der Society, in der Politik funktioniert, weil das sind die Issues, die wir haben. und ich werde als Frau gelesen und gesehen und ich werde auch als Frau in der Gesellschaft behandelt. Wie komisch das auch klingt, aber we all know how women are treated. Und dann werde ich noch, also nicht anerkannt, aber als eine behandelt, aber dann werde ich noch mal mit Transfeindlichkeit konfrontiert, because I'm trans too. Und dann nimmt man mir noch meine Existenz weg und sagt, oh, das ist ein Mann and I don't care. Und es ist ein Riesen-Issue. Es ist ein Riesen-Issue. Während wir aber über diese Sachen reden, über biologische Geschlechter und Chromosome, können wir eigentlich nicht reden über wir sind unemployed, wir haben Angst, wir werden ausgeschlossen von der Gesellschaft, etc. Du hast jetzt gerade die Berufswelt auch angesprochen. Allgemein, wie sieht die Realität für trans Menschen in der österreichischen Berufswelt tatsächlich aus? Ich bin ziemlich privileged. Ich muss das sofort festlegen, ich bin ziemlich, ziemlich privileged, aber es gibt ziemlich viele trans Personen, die einfach nicht das Privilege haben, das ich habe. Ich habe ein sehr gutes soziales Netzwerk, ich habe eine Familie, die mich unterstützt, was bei vielen nicht der Fall ist. Ich bin educated, ich bin passing. Viele trans Personen sind unemployed, uneducated, sind ausgeschlossen von der Gesellschaft, von der Familie und das ist aber nur, weil Society nicht da ist, um sie aufzufangen, weil man ihnen gar keine Möglichkeiten gibt. Wie die Realität für trans Personen in der Musikindustrie aussieht, schauen wir uns in Teil 2 unseres Editorials an. Für mich persönlich sind TERFs nicht so eine Bedrohung, wie Identitäre oder Rechtsradikale, einfach weil vor meinem Transsein ist mein Schwarzsein. Natürlich für die Trans-Community ist das sehr gefährlich, weil TERFs natürlich den Feminismus hernehmen und den eigentlich weaponisen, ja, und den eigentlich gegen unsere Community verwenden. Das ist Louis Matthias dos Santos. Louis ist Musiker und stand unter anderem schon mit Trans-Artists wie Kerosin 95 oder Wise auf der Bühne. Der Unterschied ist für mich riesengroß mit Trans-Artists zu arbeiten, vor allem im Fall mit Wise, auch mit also einer Person of Color und Trans-Person zu arbeiten. Allgemein der ganze Vibe, in den man da reinkommt, ist schon eine, es hat schon so ein Fundament von Verständnis und Empathie, das ich ganz oft nicht habe in anderen Kontexten oder mit Cis-Artists. Da fehlt ganz oft die Sensibilität, da fehlt ganz oft Respekt. Ich finde die österreichische Musikbubble überhaupt nicht woke. Ich finde sie überhaupt nicht accepting oder supporting of trans people. Die Spaces, die ich sehe, die die Community supporten, unterstützen und die hacken machen, ist von uns selber. Das sind unsere Events, das sind unsere Leute. Also ich finde dieses Celebration und Supporte von Trans-Personen in Österreich ist sehr oft wahnsinnig performativ und du holst dir da raus, was du brauchst. Du holst dir deine Inklusions-Mitgliedskarte und dann werden wir wieder weggeschmissen oder gar nicht erst eingeladen. Ich bin ja gerade in Brasilien und habe da den direkten Vergleich, weil Brasilien das erste Land ist, also das Nummer 1 im Ranking ist es, vor allem schwarze Trans-Personen mal eine trans-feminine Person tötet. In Österreich ist das natürlich nicht so, aber ich habe viel mehr Angst auf den österreichischen Straßen als hier in Brasilien vor der physischen Gewalt, ja. Ich habe das große Glück, dass in meinem Social Media, in meinen Kanälen, dass ich da sehr selten Kommentare bekomme, die unangenehm sind oder Hate, Abkrieg, aber dafür in real life auf den Straßen ist mir schon oft sehr viel Scheiße passiert. In dem gesamten Diskurs, der überhaupt kein Diskurs sein sollte über Trans-Identitäten, finde ich, ist der Fokus irgendwie die ganze Zeit um Verstehen. Wenn mir eine Person sagt, hey, ich mag das nicht und ich mag das lieber, brauche ich nicht tausendmal fragen, warum und wieso und wie ist das dazu gekommen und wie geht das und ich kenne das nicht so, sondern dann bin ich so, okay, du hast mir gerade gesagt, wie du behandelt werden möchtest oder wie du genannt werden möchtest, was dir gut tut, was dir nicht gut tut und ich brauche dann nicht irgendwas verstehen über die Person, um das erstmal zu akzeptieren und zu respektieren. Also dieser Fokus auf zuerst verstehen und dann handeln, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich würde mir wünschen, dass wir alle zuerst respektieren und dann irgendwie nach Bedarf verstehen können. Erst respektieren, dann verstehen, haben wir gerade von Louis gehört. Wie siehst du das? Muss man immer alles verstanden haben, um respektvoll miteinander umgehen zu können? Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, Emotionen und Gefühl jemandem zu erklären. Am liebsten wäre immer so eine Technologie, wo wir uns so Sachen auf den Kopf tun und wir tauschen uns einfach aus über Gefühle. Wenn mich jemand fragt, so, how does a woman feel? And I'm like, I have no idea. I have no idea. I just know I am. Und da, da müssen wir anfangen, einfach nur gegenseitig uns mal einfach nur zu lassen. Ich glaube, keine Existenz einer Transperson hat jemals einer anderen Person geschadet. So why just like not coexist? Why does gatekeeping? Wir haben vorher schon über so viele Aspekte gesprochen, wo die Bedingungen für Transpersonen dringend verbessert werden müssen. Wo würdest du persönlich als erstes ansetzen? Wo denkst du, ist am meisten Handlungsbedarf auch politisch vielleicht da? Also was wirklich unbedingt mehr sein sollte, ist Medizin. wir haben zu wenig Ärzte und Ärztinnen, wir haben viel zu wenig Forschungen, wir haben viel zu wenig Resources. Die meisten Transpersonen können sich dann auch diese medical Sachen nicht einmal leisten. Ich glaube, das ist so das größte Issue. Wenn man, nehmen wir mal an, so eine Transperson mit Geschlechtsangleich in der Operation, geht es zu einem Gynäkologen oder zu einer Gynäkologin und sie sagen, ich habe so etwas noch nie gesehen, ich habe keine Ahnung, sie müssen einen anderen finden. Oder du gehst zu einem Psychologen und du sagst, ich glaube, weil manchmal ist man sich auch unsicher, ich glaube, ich bin Trans, ich habe keine Ahnung, sie müssen sich einen anderen finden, einen Spezialisten, ich kenne mich da so wenig aus. Wenn ich aber sage, ich habe PTSD, sagt jeder, kommen Sie zu mir rein, ich glaube, ich habe Chlamydien, ja, wir können es behandeln. Und so sieht es halt aus wie Transpersonen. Was würdest du gerne in der Repräsentation, popkulturell auch, gerne mehr sehen oder was ist eine gute, best case Repräsentation von Transpersonen? Ich möchte einfach normal inclusivity. Ich weiß es auch selber nicht, ob ich halt oft so der Quote Transgirl bin. Ich wurde mal für eine Reality-Show angefragt, which I really wanted to do, it was pretty big in Germany. Und sie haben mich angeschrieben. And I was like, oh, okay, this is fun, I'm probably gonna do. Und dann habe ich mich gemacht, dann hatte ich ein Casting, und dann haben sie mir gesagt, ich bin zu trans. Zu trans. Und dann ich war okay, und dann war ich so super passing, so Jahre später, und dieselbe Show hat mich nochmal angefragt, und ich war like, okay, this time it's gonna work, I'm like, so passing right now. und ich bin halt wieder beim Casting gewesen, they were like, jetzt bist du viel zu passing. Weißt, es ist uns voll leid, du siehst halt schon viel zu femme aus, weil auf den ersten Blick, wir suchen halt noch ein bisschen und dann quasi, ob ich meine Extensions rausnehmen kann. And I was like, you know what, girl, bye. Da ist schon sehr viel Dreistigkeit teilweise dabei. eine abschließende Frage eigentlich noch, was bedeutet Transliberation am Ende des Tages für dich und wie kann man sie am ersten erreichen? Absolute Befreiung. Ich bin nicht da für Entertainment. Ich bin nicht da, um mein ganzes Leben zu kämpfen für Rechte. Ich bin nicht da, damit, keine Ahnung, meine Seele zum Verkauf steht für irgendwelche Medien oder wie auch immer. Ich bin da, um mein Leben zu leben. And I want freedom. Und ich will es jetzt. Ich glaube, das kann ich einfach mal so, wie es ist, stehen lassen. Of course you can. Steffi, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Danke fürs Zeitnehmen. Wir kommen an dieser Stelle noch zu den Event Highlights Presented bei Ö-Ticket. Der Nino aus Wien geht im Oktober und November auf Österreich-Tour mit Stationen in Wien, Baden, Eisenstadt oder Bludenz. Wudo Jürgens tourt von Dezember bis Februar ebenfalls durchs Land, unter anderem mit Terminen in Salzburg, Wien, Graz, Linz und St. Pölten. Rahmstein kommen am 26.7. 2023 ins Wiener Ernst-Happel-Stadion und das FN4 Frequency geht auch nächstes Jahr von 17. bis 19.8. in St. Pölten über die Bühne mit Acts wie Kraftklub KIZ und Mattea. Und wir kommen damit tatsächlich zum Ende der heutigen Folge. Aber wie immer gibt es natürlich eine AUX-Live-Session. Heute von Ames mit dem Song Kein für immer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschau. Bis nächste Woche. Wer bist du? Wer bist du nicht? Was soll ich tun, wenn nichts zu mir spricht? Gedämmtes Licht Auf mein leeres Gesicht Mein Spiegel zerbricht Ich bin alles im Licht Kein für immer Kein für immer Kein für immer Meine Wahrnehmung bricht Wenn nichts bleibt, wie es ist Kämpfe immer Ich will einen Tag nicht Doch weiß nicht, wer das ist Easy Ja Ich spür, wie meine Lunge verbrennt Bis ich mich fühl, bis ich mich kenne Ich klebe Tape auf meine Brust Weil ich mich sonst verfluchen muss Fühlt sich an wie Stacheldraht im Hemd Kapuzenpulli weit genug Um meinen Körper zu verstecken Um zu kletten Alle Kurven, Kerben, Narben, Kanten, Ecken Bis ich irgendwann schlussendlich nicht mehr atmen kann Bleib ich in meiner Haut gefangen Kein für immer Kein für immer Kein für immer Kein für immer Meine Wahrnehmung bricht Wenn nichts bleibt, wie es ist Kämpfe immer Kämpfe immer Ich will einen Tag nicht Doch weiß nicht, wer das ist Ja Mir geht es nicht darum, wie ihr mich wahrnehmt oder nicht Denn auch mit Fakten auf dem Tisch rafft es ihr noch immer nicht Also fühl ich mich seit Jahren, als gäbe es kein Platz für mich Was ein scheiß Gefühl, wenn man nicht fühlen kann, wer man ist Glaube dennoch daran, dass ich eines Tages siegen kann Ich geb mich selbst nicht auf, weil ich mich für mich entschieden hab Pack mich nicht mehr in verdammtes Plastik, sondern schmied Metall Damit das, was ich bin, auch bleibt Kommen meine Ewigkeit Ich bin, auch bleibt Bis zum nächsten Mal.